Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BISS TV. Wir haben uns heute vom Redaktionsteam gedacht, bei dem schönen Wetter müssen wir einfach raus und wollen uns mal zum Dropshot-Angeln treffen. Mit dabei ist der Markus aus der Redaktion. Hallo. Und der Markus ist halt Dropshots-Spezialist bei uns im Team sozusagen. Sozusagen. Ja, sozusagen. Sozusagen. Und wir zeigen euch mal heute ein paar schöne Dropshot-Geschichten. Dann würden wir sagen, kommt nur das Brot ins Wasser und dann geht es auch gleich los. Richtig. 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 Richtig.